Hey, Johannes hier von newgadgets.de und ich bin gerade auf der Computex 2019 in Taipei und schaue mir hier bei MSI das neue MSI GT76 Titan an. Wie ihr sehen könnt, schon ein richtig dickes Gaming-Notebook mit Intel Core 9 Prozessor und Nvidia RTX 2080 Grafikkarte. Also ein richtiges Powerhouse, das wir uns in diesem Video mal ein bisschen genauer anschauen werden. Mit dem MSI GT76 Titan stellt MSI ein neues Spitzmodell seiner Gaming-Notebooks vor. Ausgestattet ist es mit absoluter High-End-Hardware und es kommt in einen aggressiven Look. Optisch macht das MSI GT76 Titan einiges her, es ist dick, es ist schwer und irgendwie ist es auch voll geil. Die Tastatur ist Einzeltasten beleuchtet und das sorgt für einen coolen Effekt. Unter der Tastatur befindet sich das Touchpad mit separaten Maustasten und rund um das Notebook sind LED-Streifen angebracht, die den Tisch im Dunkeln beleuchten. Die Lüftungsgitter kommen im Carbon-Look daher und vor allem dieser LED-Streifen hier auf der Rückseite erinnert irgendwie an einen Sportwagen. Das Display hat eine Diagonale von 17,3 Zoll und eine Auflösung von 4K. Es ist ein IPS-Level-Panel im Thin-Basel-Design, das Panel kommt also von der Qualität her an ein IPS-Panel heran und besitzt dünne Displayrahmen. Trotzdem war hier oben natürlich noch Platz für eine Webcam. Das GT76 Titan ist performancetechnisch ein richtiges Powerhouse. Zum Einsatz kommt hier die Desktop-CPU Intel Core 1.9-9900K, der neunten Generation, der auf allen seinen acht Kernen auf 5 GHz übertaktet wurde. Und als Grafikkarte die Nvidia GeForce RTX 2080. Diese Kombination verspricht ordentliche Leistungen, mit der man jedes aktuelle Spiel in 4K zocken kann. Vom RAM her können wir hier bis zu 128 GB DDR4-2666 RAM verbauen. Dafür stehen 4 Slots zur Verfügung. Und für die SSDs stehen 2 M.2 Slots bereit mit PCIe Gen 3. Damit das ganze System bei der Power nicht überhitzt, sorgen 4 Lüfter und 11 Heatpipes für Kühlung. Zumindest beim Pre-Production Sample kann man hier einen Blick in die Hardware werfen. Ich weiß nicht, ob das finale Modell dieses hier auf der Unterseite so zeigen wird. Ich würde es mir wünschen, denn es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Das verbaute Killer DoubleShot Pro unterstützt WiFi 6, also WLAN 802 11ax mit 2,4 GB per second LAN. Und das Notebook ist im RAM und im Speicher aufrüstbar wie ein Desktop-Rechner. Natürlich wird es hier wieder verschiedene Konfigurationen geben, je nachdem für welches Modell ihr euch entscheidet. Es wird hier natürlich Varianten des Displays, des Prozessors, der Grafikkarte, des RAMs und der SSD geben. Für die genauen Konfigurationen, die wir nach Deutschland bekommen, schaut ihr einfach mal unten im Link unseren Artikel an. Dort werden wir das Ganze dann updaten, sobald es verfügbar ist. Damit ihr auch wisst, mit was ihr es zu tun bekommt, wir haben hier eine Abmessung von 39,7 cm x 33 x 3,3 bis 4,2 cm und ein Gewicht von 4,5 kg. Also das ist auf jeden Fall ein dicker Klopper. Von den Anschlüssen her stehen zwei USB Type-C, USB 3.2 Gen 2 Ports bereit, darunter dann auch Thunderbolt 3, dann viermal USB Type-A, USB 3.2 Gen 2, einmal HDMI 2.0, einmal Mini-Displayport 1.4, die Audio-Ports, ein MicroSD-Kartenleser und RJ45 Ethernet. Was mich natürlich wundert ist, dass hier ein MicroSD-Kartenleser verbaut ist, bei so einem großen Gerät und kein SD-Kartenleser. Also das hätte ich mir natürlich eher gewünscht. Und das war mein Video mit dem MSI GT76. Falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Notebook habt, dann haut sie einfach unten in die Kommentare und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke anklickt, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal.